Pisa fördert das Fahrradfahren und die Sicherheit der Fahrräder. Save My Bike wurde 2018 gegründet. Aus dem europäischen Projekt ist ein Start-up hervorgegangen. Seit Mai 2021 kann man die Anwendung benutzen. Sie soll den Fahrraddiebstahl in Pisa bekämpfen, erklärt Projektkoordinator Massimiliano Petri. Ein Bürger präsentierte uns sein Fahrrad, das er Ottavina nannte, weil ihm die vorherigen sieben gestohlen wurden. Save My Bike wurde auf Anregung der Bürger ins Leben gerufen, da Fahrraddiebstähle in unseren Städten sehr häufig vorkommen und das Radfahren deswegen nicht sehr populär ist. Dann kam die Idee mit der Belohnung. Wir dachten uns, warum nicht alle öffentlichen Verkehrsmittel fördern und so wurde Good Go geboren. Sobald sich eine Person anmeldet, hat sie entweder die Möglichkeit, eine Woche lang kostenlos die in Pisa vorhandenen Elektroroller zu nutzen, oder sie bekommt den Save My Bike Sensor, um nachhaltige Mobilität zu fördern. Der Save My Bike Sensor ist ein passiver Funk-Frequenz-Sensor, der nicht aufgeladen werden muss und keine Kosten für die Datenübertragung verursacht. Er wird in das Fahrrad eingebaut und ist praktisch das digitale Nummernschild des Fahrrads. Er wird in das Fahrrad eingebaut.